Die werden sich jetzt Geld schnappen, dafür gehen wir kurz zum Geldautomaten und dann werden sie zu einer Prostituierten gehen und fragen, ob da jetzt noch was geht und dann verfolgen wir die. Die sind irgendwo da vorne, ich seh die grad nicht, ich hoffe, ihr seht die. Und dann hinter diesen Busch, Leute. Warte, ich höre das mal. Alter, ist das gruselig. Nein, Wendy, ich höre das nicht. Ist das eine Maus? War da ehrlich eine Maus? Nein. Jo, Freunde, was geht denn? Herzlich willkommen zu meinem erneuten Video auf meinem Kanal. Und ganz kurz, weil viele in meinen Kommentaren schreiben, ich verstehe immer zu einem neunten Video, das heißt zu einem erneuten Video. Ich verstehe nicht, wie das manche Leute so falsch verstehen. Wie dem auch sei, am Titel konntet ihr ja schon lesen, dass heute wieder mehrere Menschen, beziehungsweise Menschenleben darunter leiden. Eins, zwei, drei und vier. Und zwar ist uns heute wirklich der ganz spontane Gedanke gekommen, wir leben in Hamburg, man kennt die Stadt, man kennt die schönen Seiten, man kennt die hessischen Seiten. Warum machen wir Hamburg denn nicht ein bisschen besucherunfreundlich? Weil ihr kennt ja den Steinern, wo ich jetzt des Öfteren schon mal gedreht habe, wobei ich aber nie abends gedreht habe. Ich muss es ja eigentlich nicht erwähnen, ihr kennt ja mein ganz bestimmtes Format. Gefährlichste Orte in... Die erste Folge ist in der Türkei entstanden, beziehungsweise die zwei Teile. Und dann hatten wir einmal Berlin und jetzt haben wir Hamburg im Portfolio. Und zwar den Steinern. Deswegen viel Spaß. Das ist mit die bekannteste Prostitutionsstraße. Dort sieht man immer, ähm, ja, wie gesagt, wie das auch schon im Wortschritt prostituiert ist. Da sehen wir schon zwei... 50 Euro. Ja, fragen, ob da jetzt noch was geht. Und dann verfolgen wir die. Wir versuchen auch gerade ein bisschen Tolga da zu überreden, ähm, dass er die 50 Euro, die wir gleich investieren, dementsprechend dann auch verwerten kann. Geh doch einfach mit der mit und mach das wirklich. Mach das doch wirklich, Bruder. Also ich sag dir ehrlich, Preis-Leistens-Verhältnis stimmt da überhaupt nicht. Das ist ein bisschen zu viel Geld für das, was du da bekommst. Oh, mein Bester. Also Gratulation für deinen 18., ne? Vor allem, wenn ich irgendwie 10er machen. Also mehrere 10er. Kannst du 10er geben, wenn du da gleich hingehst, ne? Kannst du dann quasi Billig holen, weil ich will das beim Schwerberater abgeben. Ich will das absetzen fürs Video. Wir müssen jetzt gerade ein bisschen undercover filmen. Wir schicken jetzt Tolga los. Er hat mir schon einen Live-Standort geschickt. Im Falle der Fälle, falls die Prostituierte mit ihm dann irgendwie in ihr Auto steigen sollte und die dann irgendwo auf den Parkplatz fahren, dann haben wir seinen Live-Standort, dann haben wir den Schlüssel von seinem Auto und dann fahren wir den hinterher. Ich hoffe natürlich, dass es so passiert, wie ich es gerade sage. Hasta luego. Und viel Spaß, Billig. Und falls was sein sollte, falls du wirklich Bock drauf hast, dann mach einfach. Haben wir noch einen Wustellen hergekommen, ey. Hier sieht man den Live-Standort von Tolga. Der befindet sich gerade in der Straße. Er geht hier hoch und runter. Wir werden da jetzt auf jeden Fall daneben im Auto parken. Ey, ich frage mich gerade, wie Tolga sich da fühlt, ne? Ey, wir hätten Tolga den Regenschirm geben können, ne? Ich will. Ey, wir sind so eine herzlose Menschen. Können wir weniger machen? Weniger? 12? Los? 13? Ja. Okay. Wie lange? Okay, was machen wir eigentlich? Ey, ey, geht die Straße immer weiter runter, ne? Tolga hat hier quasi angefangen. Jetzt ist er schon hier. Er steht da gerade. Ich spreche wahrscheinlich einer an. Abo! Bruder, die gehen immer weiter zur Wiese, ne? Nicht gar nicht. Alles gut. Okay, wir sind genau hier. Hamburg, Hamburg, Hamburg. Hier. Ja. Wo ist der Park? Da? 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 Ja. Ja. Ey, gehen die jetzt in dein Haus rein? Oh mein Gott. Er muss hier auf der linken Seite sein, ja. Ey, nicht, dass es ihn wirklich nötigt, jetzt noch zu bumsen, ne? Ey, wir sind schon vorbei, du musst hier wenden. Ey, Digga, das ist jetzt gerade richtig gruselig, ne? Er ist irgendwo in einem Gebäude. Ey, nicht, dass er schon irgendwo drin ist, ne? Da rein, aber hier ist sehr eng. Gleich geht wirklich bei ihm die Post ab. Hier ist Tolga, hier ist Tolga. Was war das? Was ist passiert? Bruder, lassen wir mal woanders. Bruder, sie war, also sie war in so einem ganz komischen, Bruder, da war nicht mal ein Quadratmeter. Gebüsch, ne? Ja. Ich habe erst mal Angst gehabt, dass da irgendwas, keine Ahnung, weil das Ding ist, war so ein Ort, wenn ich da reingehe, ich würde da sehr, sehr schwer rauskommen. War das dieses Gebüsch, was ich im Video gefilmt hatte? Nein, Bruder, ein anderes. War ein anderes Gericht? Da neben der Garage, fast. Hat sie dich eigentlich angesprochen? Ja. Was meinte sie? Diese Bildung, dann ich so, wie viel und dann, ja. Was meinte sie, wie viel? Erst mal 50. Ja. Habe ich erst mal 20, würde ich sagen. Oh mein Gott, der hat doch kein Bazar hier. Danach 30, hat sie über 30 okay gesagt. Für alles oder nur für... Für alles. Das hast du dir nicht zweimal sagen lassen. Kannst du uns genau den Stand zeigen? Oder hinter diesem Busch. Das ist der Ort, wo ich reingegangen bin und dann hier rein und dann hinter diesem Busch, Leute. Warte, ich habe das Gefühl. Ich hätte gefühlt eine Minute gebraucht, um hier raufzukommen, falls irgendwas passieren sollte. Deshalb bin ich da einfach gegangen. Sie meinte, sie geht immer dahin. Also bist du nicht der Einzige, der da die eine oder andere Krankheit mitnimmt. Wir werden Tolga wieder rausschicken, diesmal aber mit einem Regenschirm und dann werden wir gucken, wo die ihn quasi noch entführen. Wir sind uns jetzt gerade nicht sicher, ob Tolga schon mit einer ist. Er steht hier ganz verdächtig. Das Ding ist, wir sind ja hier eine Straße weiter. Er steht aber quasi in einem Gebäude bzw. unterm Dach irgendwo. Da hinten ist Tolga. Er geht schon mit einer Richtung Hochzeit. Die gehen voll wie so ein verliebtes Pärchen, ne? Ich weiß nicht, warum die Stere gegeben sind, ob die irgendwas diskutieren. Ah, die haben sich verabschiedet. Bruder, die andere, die wir davor hatten. Was? Bruder, die hat alles verpetzt. Und sie hat einfach das Handy genommen, so aus meiner Hand. Macht einfach dieses Sprachnimmer weg. Aber wollte die mit dir in die Garage? Nein, sie meinte draußen. War sie geil? War sie geil, Bruder. Du kannst nur sagen. Was lustig ist, es gibt viele Insider-Stories. Zum Beispiel Daniel hat sehr oft hier am Steinnamen seinen Spaß gehabt. Ja, meine Saufjungen, die glauben das auch. Na ja, Pech ist drin. Wir haben Tolga wieder weitergeschickt. Wer hat gesagt, bleibt genau da stehen? Okay, er geht mit einer Frau. Die reden gerade, die bleiben stehen. Warte mal, sind die hier vorne stehen geblieben? Willst du lieber von außen fahren? Ja, die gehen geradeaus weiter. Ich schwöre auf alles vor, das macht zu Spaß, ne? Wir werden jetzt hier links abbiegen. Wir sind jetzt schon früher als die da. Ich hoffe natürlich, dass die da bei diesem Park ihr Unwesen treiben. Oh, die gehen gerade weiter. Guck mal, wo die reingegangen sind. Hier kann man nicht mit dem Auto rein. Oh. 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 Die müssen da irgendwo sein. Die sind da hinten. Ich gehe da hinten. Alter, ich riskiere jetzt, warte. Alter, ist das gruselig. Da hinten sind die. Ich höre da hinten. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ja, guck mal nach hinten. Guck mal. 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 Aber da ist besser. Oh, ich gehe. Guck mal. 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 Digga. Puh. Ihr wisst gerade nicht, was passiert ist. Ihr müsst euch vorstellen, ich gehe die ganze Zeit da lang. Und ich habe versucht, so leise wie möglich zu gehen. Und auf einmal höre ich irgendwelche Schritte und die haben sich quasi umgedreht. Natürlich kann man sich jetzt fragen, warum bist du gerannt. Aber das Ding ist, ich wollte nicht auffallen. Die kommen in meine Richtung. Guck mal. Ich muss echt sagen, an der Stelle, Tolga, wenn du das siehst, ne? Während du das Ei ausstall. Guck. 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 Da vorne, rechts. So, ich habe jetzt nochmal Daniel in meinen Standort geschickt. Digga, das war gerade so knapp. Die sind genau am Evropa hingang. Tolga und die Frau. Die laufen immer weiter geradeaus. Alter, ich glaube nicht, wie gruselig das ist, um ein Uhr morgens hier rumzulaufen. Die gucken gerade in meine Richtung. Der nicht kommt. Die sind irgendwo da vorne. Ich sehe die gerade nicht. Ich hoffe, ihr seht die. Ey, ich schaue auf alles, ne? Ich muss echt sagen, Tolga hat echt Eier aus Stahl. Jungs, komm. Während das Auto hatte ich erschreckt, jetzt. Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Ungelogen, ey. Ich verfolge schon die ganze Zeit Tolga. Ich bin einem aufgefallen. Ich bin um mein Leben gerannt. Er hat nicht ganz kurz die Frau bezahlt, um irgendwie Spaß zu haben. Ich glaube, die gehen spazieren. Wo sind die jetzt? Die sind hier beim Haus. Äh, rechts. Wo, du hast mich anders erschrocken. Ich hab einen Blick vor dem im Kopf, ne? Ey, die sind irgendwo reingegangen. Da sind die doch. Ich glaube, Tolga kriegt gleich echt ein Blubi, ne? Ich bin leider aufgefallen. Du musst jetzt einmal da vorbeigehen und abchecken, was die da machen, ne? Ich gucke jetzt auf der Karte. Die sind jetzt genau hier links. Nico ist schon mal da. Eben standen die noch da. Sind die jetzt weg, oder? Die sind da hinten. Die sind da hinten. Ich glaube, die machen echt eine Startführung. Ey, ich verstehe auch nicht, was Tolga hier die ganze Zeit mit der macht, ne? Da gehen die gerade vorbei. Jetzt, wenn ich so auf Entfernung gucke, boah, die passen behindert zusammen. Ich gucke schon. Mach Kamera runter. Ist und mach Motoren. Das wäre ein bisschen... Ah, mein Auto! Du kennst doch, wenn ein Pärchen mit Regenschirm durch die Stadt gehen, ne? Ja. Ich würde so. Ich verstehe aber immer noch nicht, warum Tolga mit der die ganze Zeit irgendwo rumläuft. Ich bin wirklich so gespannt, was Tolga uns gleich zu erzählen hat. Tolga ist auf jeden Fall jetzt auch im Boot. Was gibt's zu erzählen? Ihr seid viel zu aufwendig. Was meinte sie denn? Sie sagt immer, erst mal jemand verfolgt sie oder will beim Dings zugucken. Das will sie halt nicht. Also sie ist nicht so ein an sich. Ja. Nach einer Zeit gecheckt, dass ich filme mit dem Handy. Hat sie gecheckt? Ja, hat sie gecheckt. Und dann? Sie guckt so. Ich so, ich hab aus Versehen gemacht, also Kamera auch angemacht und so. Das hat sie sogar ein bisschen geglaubt dann. Nach einer Zeit konnte ich nicht mehr filmen, weil sie meint, ich soll es hin in die Tasche packen. Jetzt frag ich mich. Warum wart ihr so lange unterwegs? Sie hat die ganze Zeit gecheckt, dass ihr hinterher kommt. Und danach, Nico läuft entgegen. Das *** Zimmer war, weil sie hat doch diese Sachen gelöscht, ne? Und danach, als sie die Videos gelöscht hatte nach einer Zeit, kam ein Bild von dir. Puh. Oh mein Gott, was ein Zufall. Wow. Also besser geht es nicht, ne? Das ist unser Privatdetektiven Glück, wenn natürlich eine Person von uns geschickt wird und die Person dann im Ordner von der einen Person erscheint als Bild. Grandios. So Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hab was gefallen. Unter und unterhalten, wenn ja, dann lass auf jeden Fall ein Like da. Heute wirklich eine sehr, sehr riskante Sache wieder. Am Schlussende sind wir hier bei mir im Wohnzimmer gelandet. Der Chauffeur holt uns jetzt auch gerade ab. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, an der Stelle. Dann kriegt ihr meine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Warum macht der jetzt Welle? Now I can't, I'm not the same. Think your money made me change, nothing else to blame.